Ich bin der Hundling. Was möchte ich denn in Tokio, in Amsterdam und Rom? Ich ziehe nicht nach Italien, nicht an die Nord-Zitrom. Ich brauche kein Riebhabang, ich rauche kein Schäumdampier. Ich sitze unter dem Kastanienbaum so gern vor meinem Bier. Ich bin der Hundling. Es ist meine andere Stimme, die immer sagt, du möchtest leben. Und steigen die Mieten auf den Himmel, ich darf meinen letzten Groschen geben. Es ist eine Luft, es ist eine Licht und es ist ein Fluss, es ist ein Flair, wo mir so gefällt, in München werde ich heute. Wir sind Hundling, wir machen bayerischen Rhythm and Blues, Country, Rock'n'Roll, Reggae, Punkrock, alles was Spaß macht. Ich habe eine schöne Wohnung und ruhig ist du dazu. Es kann alles so perfekt sein, hab ich trotzdem nie mehr Ruhe, zwingst dem Haus, meinst du? Ein Hundling ist ein ganzer gewiefter Kerl, ein Lausbuer. Jemand, der mit allen Wassern gewaschen ist in Bayern und so heißt man natürlich gerne, weil immer, wenn wir irgendwo hinkommen, sagen die Leute, ah, jetzt kommen die Hundlinge. Und von daher ist das ein wahnsinnig guter Bandnehmer. Musik mache ich seitdem ich fünf bin. Wahrscheinlich habe ich schon im Bauch meiner Mama Musik gemacht. Klavier gespielt, Gitarre gespielt, jahrelang in einer Reggae-Bang gespielt, 20 Jahre lang und seit ungefähr drei Jahren spiele ich mit dem Hundling Gitarre und Gesang. Ich spiele mit meiner Band am 17. August beim Isersound-Festival im Brunnenhof in der Residenz in München und dann spiele ich mir noch am 22. September bei der Preisverleihung von TZ sucht das Wiesenmodel. Da freue ich mich ganz besonders drauf, weil erstens einmal spiele ich immer gern Konzerte vor ordentlich Leuten und es werden ein Haufen Leute erwartet, ungefähr um die tausend Leute rum. Es wird bestimmt eine Mordsparty und da spielt man natürlich als Band immer gern. Und außerdem schauen wir natürlich auch ganz gern die ganzen hübschen Mädeln an, die da im Wettbewerb gegeneinander antreten. Ja, fesche Mädel in München und Umgebung und ganz Bayern. Bewerbt euch, ihr wisst es ja, es gibt jetzt gerade die große Aktion TZ sucht das Wiesenmodel und da ist am 22. September große Finalveranstaltung im Löwenbräukeller in München. Bewerbt euch unter www.tz.de slash Wiesen. Ihr müsst euch jetzt schnell bewerben, weil es ist bald Einsendeschluss. Es gibt wahnsinns Preise zu gewinnen, außer der Ehre und so weiter, was natürlich das Allerwichtigste ist, unter anderem ein Mercedes im Wert von 38.000 Euro. Also Hammerpreis, lohnt sich auf jeden Fall. Bewerbt euch unbedingt und der Hundling ist auch mit dabei. Einmal machen wir ordentlich Party und hört es mir ordentlich ein. Also unbedingt teilnehmen, es lohnt sich mitmachen. Oh, 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 wenigstens nur der Zeug und nur dann für den München neug. Oh, 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 oh. Vielen Dank.